Ja, servus miteinander liebe Freunde, der Walsecker grüllen darf man, weil es heute so schön ist, aber ich darf nicht mehr, seit meinem letzten kleinen Fauxpas darf ich nicht mehr grüllen und das machen dann die Kinder, aber was ich zumindest noch darf, ist das, euch einen schönen Gruß sagen, vor allen meinen Kollegen, die werden sich da auch noch malen. Was mir noch geblieben ist, den wir schon immer proben dürfen, der Panader, der ist mir noch geblieben, liebe Freunde, wenn ich schon immer grüllen darf, wenn ich nicht mehr Musik spielen darf, in diesem Sinne, macht es gut, Prost miteinander, lässt es euch gut gehen und bleibt gesund, servus beinahe. Ja, wir haben Quarantäne, wir sitzen alle daheim, wir können sich nicht treffen, leider zum Proben von die Walsecker, hilft einfach nichts, jeder tut daheim was er kann. Also, wunderschönstes Wetter, kommen wir auch mal heraussetzen und einfach eine Bieremaß trinken, ich wünsche euch trotzdem alles Gute, macht das Beste aus deiner Zeit und vor allen Dingen an unsere Fans und Freunde, unsere Würzleut für die, wo wir normalerweise jetzt immer spielen sollten. Schöne Grüße durchhalten, was anderes bleibt uns eh nicht über, Prost. Servus, guten Morgen liebe Freunde, ich möchte euch an dieser Stelle ein wunderschönes Osterfest wünschen und mich an dieser Quarantäne, wir halten zusammen, wir stehen mir das durch, aber irgendwo, ich packe es einfach gar nicht mehr, also, ich schaffe es einfach nicht mehr, deswegen ein bisschen für euch dazu. Ich möchte euch an dieser Stelle ein wunderschönes Osterfest wünschen, was ihr euch an dieser Stelle? Eine Ewigkeit später. Florian, das Essen ist vierte. Hä? Ja, das Essen geht, Kim. Sein Stress.